Video Post von Grausini Aus dem Tagebuch eines neuen jungen YouTubers Hallo mein liebes YouTube Tagebuch Ich habe heute herausgefunden, dass man auf YouTube ja auch Spiele angucken kann, die andere spielen Da habe ich mir mal diesen Grunk und diesen anderen dicken Tanzverbot reingezogen Der kann ja nicht so gut spielen, aber der Grunk ist schon witzig Der scheint ja auch so eine Art Gott auf YouTube zu sein Leider kann ich mir von meinem Taschengeld all die Spiele gar nicht leisten Aber Zugucken macht ja auch einen Heidenspaß Bis morgen mein liebes YouTube Tagebuch Grausinis Sohn